Das Haus Pusteblume ist ein wunderbarer Ort der Menschlichkeit. Es ist schön zu erleben, wie die Betreuerinnen und Betreuer sich hier voller Fürsorge um die Gäste bemühen. Durch unsere Mitspielerinnen und Mitspieler sind Orte wie dieser hier erst möglich geworden. Herzlichen Dank dafür. Und jetzt wünsche ich allen Mitspielern mit einem Megalose viel Glück. 10 Euro gewinnen die Megalose mit den Endziffern 5 0. 1.000 Euro fallen auf die 3 0 4 9. 10.000 Euro auf die 2 4 3 8 3. 100.000 Euro auf die 0 0 7 8 3 7. Und den Höchstgewinn von einer Million Euro im ersten Rang gewinnen die Megalose mit den Endziffern 0 2 6 0 5 0 7. Ich wünsche allen Menschen ein schönes Weihnachtsfest und fröhliche Festtage. Achten Sie auf sich und bleiben Sie gesund. 105bs am 1 08 5 0 9. 1 0 5 7 1 0 2 0 5 0 6 0 9 8 0 8 0 9 0 8 0 8 0 0 8 0 5 8 0. Aber es wird dann, um ein Americain Held wie eine Fröhliche Hoovervypiegezugung herauszieht. 5 1 0 10 0 0 8 0 8 0 1 0 1 0 0 0 6 0 0 0 .